Jo, hier ist Mr. Mike. Heute bei schönstem Wetter hier im Frühling. Ja, Frühling ist es noch nicht wirklich, aber hat schon 5, 8 Grad, würde ich mal sagen. Und heute möchte ich euch mal den Floater zeigen. Ich sage nicht gerne Floater dazu. Für mich ist es der Raindrop. Chris Paul macht den gerne. Tony Parker zum Beispiel. Und es gab mal eine Zeit, da hatte ich den so perfekt drauf. Ich habe damit so viele Punkte gemacht. Wer den Raindrop, den Floater nicht kennt, das ist halt eine Version in einer Variante für den kleinen Spieler, um gegen den großen Spieler zu punkten. Man zieht in die Zone und legt ihn so hoch, wie es nur geht, ab. Kerzen gerade nach oben eigentlich mit so einem schönen Bogen. Ja, und dann muss man ihn noch treffen. Also das ist halt echt eine wirkliche Gefühlssache. Ist ganz schön tricky. Und ich habe gemerkt, mein Gefühl dafür ist echt ganz schön zurückgegangen. Ich mache den nicht mehr so oft. Ich packe jetzt mal einen aus. Ich probiere es zumindest, dass ich ein paar hinkriege für euch. Damit ihr mal seht, was ich meine. Ich habe jetzt leider keinen Gegenspieler da, aber nur halb so schlimm. Ja, ich merke schon, hier muss ich mal wieder üben. Ich habe echt ein beschissenes Gefühl dafür. Das Wichtigste ist ja beim Raindrop, dass man den echt schön hoch ablegt. Und ja, am besten Kerzen gerade vorm Korb. Da hilft dir immer noch das Backboard, wenn er so ein bisschen daneben geht. Das Backboard können wir hinter da so deinen Arsch retten in der Hinsicht. Also ich sage immer, ja, Backboard ist dein Freund. Von der Seite ist es natürlich noch schwieriger, weil da hast du nur die Möglichkeit, zwisch oder alles sonst wo. Aber echt Übungssache, gefühlsmäßig. Probier noch mal eins von der Seite. Einen von der Seite muss ich jetzt noch machen. Ja, man merkt das eigentlich schon beim Loslassen, ob der jetzt was wird oder nicht. Also so ist es bei mir zumindest. Ist ja auch beim Werfen das Gleiche. Du merkst ja gleich, hey, Richtung passt. Flugkurve, der Touch kam gut raus. Ball rotiert sich schön. Naja, aber es ist echt, der Raindrop ist echt richtig schwer geworden. Früher hatte ich so ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wo das hin ist. Ich mache den, glaube ich, einfach zu selten. Aber Raindrop für einen kleinen Spieler echt eine gute Waffe. Vor allem, wenn er den drauf hat. Kennen auch nicht viele, die den so wirklich gut drauf haben. Ja, aber es ist halt schon, das ist schon Expertenmove eigentlich. Das ist schon NBA-Bundesliga-Profi-Niveau. Also wer den wirklich so zu 80% kann. Ich finde den geil. Hat mir immer gefallen. Ist halt so ein kleiner Spieler-Move. Probiert es aus, macht es nach. Holt euch das Gefühl. Auf jeden Fall eine effektive Waffe. Wer das im Repertoire hat, supergeiles Teil. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Euer Mr. Mark. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.